So, 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 YouTube, hallo, lo, und herzlich willkommen zu der zweiten Teilrunde Geotastic. Wir stehen hier rum und haben davor schon Amerika und Panama besiegt. Und jetzt kommt die Schulstraat. Ich würde sagen, wir sind wieder in Belgien, oder? Nein, wir sind diesmal wirklich in den Niederlanden, oder? Oder, oder, oder? Das könnte gut sein, Alexanderhof. Irgendwie, ich mag es einfach nicht. Wenn man in den Niederlanden ist, es sieht immer, oder in Belgien, es sieht immer alles so, wie Deutschland hätte sein können, aus. Okay. Kekstraße. Nee, Kerk. Kappa. Hier, gute Kappastraße. Die haben sogar Brunnen, die laufen, mein Gott. Wasserknappheit. So geht das doch nicht. Informationshaus. Tourismus. Okay, wir sind in der Tourismusgegend. Alles vor Kantor in Süß. Alles in Süß. Das ist schon mal schön. Hat ein bisschen was von Ostsee-Vibes hier, die Läden so in klein. Grüt-Vet. Wie Löw-Gretes. Ja, gratis. Auf jeden Fall besser als umsonst. Ischhoffje. Okay, Eiskaffee. Auf ganz komisch. Auf ganz süß. Winkemollen. Ja, wir winken auch mal. Wir wissen auf jeden Fall, in welchen Straßen wir sind. Dorf dürften wir auch herausfinden. Wenn jetzt vielleicht aber noch irgendwo eine Art Region, Aldi, Aldi auf die 1, ist, dann wäre das auch nicht schlecht. Da ist ein, da ist ein Schild des Glückes. U57. De Villen. So. N279. Ich glaube, das finde ich eher. 74, 76, 78. Ah, das ist doch jetzt ein schlechter Witz. 300. Es hat so gut gepasst, gerade hier in die Ecke rein. 279, da. So, Nerkant. Sehen wir Nerkant. Gehen wir die 279 so ein bisschen entlang. Oder De Villen. Helmond, Aston. Aston, da. Gut, aber das könnten die Endziele sein. Nach Norden. Das heißt, wir sind aber im Süden dann. Wenn die nach Nordwesten gehen, Helmond und Aston. Dann sind wir irgendwo hier. Wahrscheinlich im Mail oder so. Nerkant ist da. Dann würde ich sagen, sind wir hier. Da ist das Café. Da ist die Kirche. Und wir stehen genau in der Schuldstraat. Die Kirche ist nördlich. Also südlich in der Schuldstraat. Da sind wir. Und Ecke. Prinz Bernhardstraat. So. Und wir stehen nordwestlich. Norden, Osten, Seen, Westen, Nordwestlich. Also stehen wir eher hier so, ne? An der Hauskante. Ah, so. Bango, bongo. 3,75 Meter. Wir stehen nicht mehr auf der Straße in dem Spiel. Gut. Niederlander. Wer siegt? Damit zu Runde 4. Und wir sind. Puster Service Kendran. BZ Auto Service. Toyota Honda. Auf jeden Fall können wir was lesen. Aber die Sprache da ist komisch. Zsa Zsa. Mal leiser müsste es sein, nicht? Ulang Tahun. Ah, da haben wir. Das ist echt ein glücklicher Zufall. Okay. Die 3. Ich guck mal, ob das hier passen würde. Wo haben wir die 3? Die 3. Die 4. Die 5. Wirklich. Alles sieht man sofort. 9, 1, 5, 2. Ich kann bis 100 hier zählen, aber die 3 fehlt. Pff. Juhu. 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 Kota Baru haben wir hier. Okay. Vielleicht sind wir eher weiter oben. Mazing. Mazing. Tering. Peru. Kula Rompin. Kuantan. Steht auch nicht drauf. Balok. Pakak. Kula Dungun. Auch nicht. Tengu. Kurun. So. Da. Das steht drauf. Das haben wir gefunden. Kambung Kerian. Das wäre die andere Richtung. Kambung Kerian. Wenn wir das noch sehen würden. Das wundert mich, dass Kuantan nicht draufsteht. Kambung Kerian steht nicht drauf. Und Kota Baru steht nicht drauf. Merkwürdig. Okay. Auf jeden Fall kommen wir hier auf die 3. Und die ist Nord-Süd an der Stelle. Und das liegt südlich. Das heißt, wir können also hier irgendwo sein. Yertet steht nicht dran. Kambung. Kompon Tok Dor. Da muss es was ganz kleines sein. Kampung. Zum Gaitong. Nein. Kubang. Kampung. Kapung. Nein. Kompung. Leck. Ne. Sungai. Nein. Sharrocki Dai. Ne. Ramat. Nein. Puerta Yara. Bukit. Ne. Bangoyl. Kampung Buruk. Ne. Bintang. 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 Peruk. Tokdur. Buktai Bala. Gong. Sanggang. Okay. Merkwürdig. Das. Yerte. Oder sowas. Nicht draufsteht. Und auch dieses. Kota Baru. Und Kubang. Dings nicht. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig. Ähm. Warum man das dann hinschreibt. Oder es wird wieder anders geschrieben. Nicht. Das Baru. Buru. Oder sowas. Und dann sehe ich es deswegen nicht. Das hatten wir hier auch schon öfter. Ja. Oder das Kota weggelassen wird. Oder Kuban. Und dann steht da nur Kerian. Und dann wird es mit Y geschrieben. Dann steht da Kerion. Oder so. Und dann ist man natürlich. Ja. Nicht. Also. Kann das sein. Kann es aber auch nicht sein. Gut. Aber wir wissen. Cooler Tenganu. Liegt auf dem Weg. Und wir kommen auf die 3. Die 3. Die 3. Geht hier durch. Hier können wir nicht sein. Weil das im Süden liegt. Also können wir erst hier auch rauf fahren. Wir können natürlich in der Stadt sein. Und das sind Bezirke. Kota Baru. Oh das sind halt abgehende kleine Städte. Belara. Mirabu. Taior. Kazan. Ich hätte gedacht. Ich hätte gedacht. Wenn die hier drauf stehen. Dann sind die so groß. Dass ich die in dieser Ansicht sehen müsste. Aber ich sehe. Yeret. Yeraya. Besut. Stehen nicht dran. Die liegen an der 3. Und nach Süden sehe ich sie auch nicht. Da ist Paka. Dungun. Auch merkwürdig. Würde ja auch keinen Sinn machen. Äh. Tja. Gut. Das heißt. Wir stehen irgendwo und kommen auf die 3. Die nach. Nordwesten führt. Norden, Osten, Süden, Westen. Also eher so. Vielleicht an der Stelle hier. Haben wir irgendeinen Laden. Den ich sehe. Da ist noch eine. Eine Hinweistafel. Die D134. Okay. Okay. Das könnte helfen. Und. Hallo. Lytro. Ja. Wir spielen Geotastic. So. Kann es kommen. Wer nicht da ist. Verpasst alles. Kedai. Mantie. Das muss ihr abgeben. Wartet mal. D134. Hier sind T's. Wart mal. Woanders. Die D's fangen doch aber erst woanders an. Aber das kann ja nicht sein. Hier ist C. Hier ist D. Gut. Wir können. In Bezirk hier sein. Kota Baru steht aber immer noch dran. Und ich sehe es halt nicht. Okay. Kota Baru. Heißen die Kleinen vielleicht D? T. D fängt also erst hier an. Das heißt wir könnten eigentlich auch erst ab hier. Hier sein. Weil hier erst die D's losgehen. Und jetzt die D134. 36, 34. Da sind wir. Okay. Und wo ist jetzt? Kedai. Mantie. Kedai. Mantie. Genau. Da ist es. Gibt es sogar wirklich. Ja. Und wir stehen sogar in der Straße nach Kedai Mantie drin. Und zwar vor dem Fluss an der Straße. Also hier. Aber sogar noch ein Stück weiter vorne. Hier. Und Gäs. Und 4,25 Meter. Wupp, 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 wupp. Und damit geht es in Runde Nummer. Weil ich es verpeilt habe. 5. Erstmal in Runde 5. Die wollen wir jetzt noch schnell durchziehen. Und es wird gefragt, ob ich die Radtour gestern gut überstanden habe. Ja, sehr gut. Weil die Sonne ja dann weg war. Und apropos. Ja, das kann ich euch kurz zeigen. In Zukunft. Da, 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 da. Haben wir eine neue Powerbank dabei. Die kam heute an. 25.000 Milliampere zu 96% geladen. Das heißt, in Zukunft haben wir auch mehr Energie unterwegs. Holland. Würde ich fast Dänemark sagen. Oder Schweden wahrscheinlich eher. Oder Stockholm. Okay. Ja, Schweden. Ja, Schweden. Okay. Und wir haben aber heute aber auch ein Glück. Wir starten direkt an der E45. Die ist hier. Das heißt, wir können wirklich ein Göteborg sein. Beim Björnpark. Haben die hier einen Björnpark? Die haben sehr viele Park. Bacca. Wammus und Grönlid. Gibt es die hier in der Nähe? Kungsbacca. Grönglid. Die sind nicht so groß, dass ich die von weiter draußen sehen dürfte, nicht? Wenn wir hier woanders sind. Wammus, Alupaya. Oh, oh, oh. Wammus, Ayoplaia. Oh, oh, oh. Aber nicht hier. Walberg. Angelhorn. Trelleberg. Naja, wir haben hier ein bisschen Zeit. Ich bin gerade 15 Minuten in der Aufnahme. Wir müssen ein bisschen rumkriegen. Ein bisschen rumfahren. Wir müssen was entdecken. Bett im Breakfast. Ah, ist ein schönes Ding. Da will ich auch gerne hin. Kulturhuset. Ich mag ja so kleine Ortschaften, wo man so zwei, drei Tage verbringt, sie komplett abläuft, alles kennenlernt. Schöne Häuschen hier. Akropolis. Natürlich. Jedes kleine Dorf hat auch eine Akropolis oder Stadt. Da ist der Bayerische Bahnhof. In Leipzig. So, wo kommen wir hier hin? Das ist doch gut. Die 296 ist hier noch. Hier unten sind die Hunderter. Hier sind immer noch die Hunderter. Äh, E45. Stag Mora. Okay, aber die müssten wir in der Zoom-Stufe, müssten wir es sehen. 166. Dann ist das echt weit oben, kann das sein? Die E45. Was haben wir hier? 70. 296. Hier sind wir. Das war jetzt aber Glück. Born. 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 Born to be alive. Ich seh Born nicht. Aber ist mir, glaube ich, auch egal. Nicht, das sollte passen. Voxna. Seh ich auch nicht. Stag Mora. Seh ich auch nicht. Ja. Mora seh ich. Fernbi seh ich. Mallung seh ich. Rot seh ich. Ja, ich seh Rot. Und hab vor den Zweck. Böllners, Efter, Söderham. Ja gut. Aber wir wissen nicht. E45. Da. Ja, wir sind irgendwo hier. Wahrscheinlich irgendwo in Orsa. Wir haben ja auch einen Bahnhof. Das heißt, wir sind wahrscheinlich irgendwo hier. Und stehen vermutlich irgendwo da. Mal gucken. Wie hieß die Straße? Ein Kreisverkehr. Ein Kreisverkehr. Okay, das sollte ja easy sein. Der Bahnhof ist nordöstlich. Norden Osten und Kreisverkehr. So, also stehen wir hier. Da ist auch das Breakfast. Und wir stehen genau an dem Dreier-Eck-Ding. Also hier. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch anders machen kann, außer drücken. Und 1,32 Meter. Ja, damit haben wir das auch geschafft. Eine 30.000er-Runde und das unter der Woche. Heute war ich einfach fit genug. Panama, 40 Minuten. Das hat mir schon das Genick gebrochen, dachte ich. Aber dann kam Amerika mit 6 Minuten dazu. Dann kam die Niederlande mit 6 Minuten dazu. Dann kam Malaysia mit 8 Minuten dazu. Und Schweden mit 6 Minuten dazu. Sekundenabweichung könnt ihr behalten. Sehr gut. 68 Minuten. Das ist mit eine der besten Runden, die ich seit Langem hatte. Was zeigt, dass wenn man fit ist und obwohl Montag ist, kann es sehr gut klappen. So, was wir aber auch machen müssen. Laden. Pinpointing. Da. Wir müssen noch ein paar Fun-Wiss-Flags machen. Haben wir lange nicht gemacht. Bis ich 4 Flaggen habe. Und dann gucken wir mal. Aber Östersund hast du gesehen. Äh. Vermutlich nicht. Unidad Pass Justizica. Hm. 6. Große Bäume. 6. Große Bäume. Unidad Pass Justizica. Auf jeden Fall Spanisch sprechend. Guyana wahrscheinlich oder sowas. Ah. Etu. Quarial Guinea. Afrika. Okay. Hätte ich nicht gewusst. Boah. Okay. Die haben auch solche Bäume. Noch eine Runde bitte. Ne. Eine Runde reicht. Eine Runde reicht. Äh. Arland. Ne. Verrühr. Oh. Arland war das. Ja. Okay. Das was dichter in Finnland ist, hat nicht die finnische Flagge. Ah. Ja. Das ist so. Oh. Polen oder Indonesien. Polen. Indonesien rot oben. Kyrgyzstan. Das kann man sich irgendwie sehr gut merken, weil es so außergewöhnlich ist. Und das ist Mali. Damit haben wir drei. Wir brauchen aber vier. Turkmenistan. Oder sowas. Oder Chachikistan. Chachikistan. Aserbaidschan. Ah. Das ist. Brunei. Manche kann man sich merken nicht und manche nicht. Oh. Was ist denn das? Ah. Hm. Oh. Äh. Rot. Rot mit Schwarz und Stern. Eine Dreierflagge. Boah. Boah. Togo. Wohin da bist so. Ah. Togo war der weiße Stern oben in der Ecke. Ah. Mann. So. Und du? Du bist Usbekistan? Ja. Und damit haben wir drei. Reicht immer noch nicht. Wie du alles verpasst. Ja. Wäre nicht. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Nein. Wir werden ja auf jeden Fall nochmal Geotastic spielen. Ich brauche nämlich folgen, 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 folgen. Aber nach. Hätte ich keine Fünfer, hätte ich eine zweite gemacht. Aber. Man soll es nicht überreizen. Ich würde nur genervt sein davon. Eine Reich pro Tag. Ich habe keine Ahnung. Guiana. Nicht Französisch. Guiana. Ah. Wartet. Was verwechselt. Ah. Ivorykos. Elfenbeinküsse und Irland. Okay. Ich brauche eine Eselsbrücke, um mir zu merken, dass Irland linksgrün ist. Irland, die grüne Insel ist links. Elfenbein ist gelb. Weiß ist links. Und die haben Dschungel, deswegen rechts. Irland hat Schafe, deswegen weiß. Und Wolle ist auch ein bisschen gelb, deswegen rechts. Ah. Weiß nicht, ob das eine gute Eselsbrücke sein wird. Wird das Winserfortiro? Irgendwas Katholisches. Bolivien? Andorra. Oh. Boah. Okay. Ich wusste das alles mal. Philippinen. Als man das regelmäßig gemacht hat. Nicht? Aber mein Gehirn vergisst sowas instant. Genau wie das hier. Äh. Orangestad? The bottom. Nee, hier. Ach, das ist das britische Territorium im bla bla bla. Ja, okay. Eine. Ach du Scheiße. Okay. So können wir nicht sitzen lassen. Jetzt aber richtig. Jetzt mal Mühe geben. Botswana. Botswana. Eine Sonne mit Ehren und Französisch. Äh. Das hier ist niederländisch. Ja. Guadalupe. Nicht Bonner. Die keinen Namen hat, die Insel. Okay, das kriegen wir hin. Kosovo. Das kriegen wir hin. Griechenland. Das sind unsere Flaggen. Sowas brauche ich. Schwarz. Senegal war grün. Senegal war grün. Ghana war gelb. Nigeria war schwarz. Doch, Ghana mit schwarz. Nigeria war weiß. Okay, warte. Aber wer hatte denn den gelben Stern? Ah, ich. Weil sowas wüsste ich gern, nicht? Die drei Dinger, die in die nähere Auswahl kommen, was die hatten. Weil ich weiß immer, eine hatte einen Stern in gelb, der andere in schwarz, der andere in grün. Aber wer von denen? Drei. Wir brauchen eine Viererrunde, habe ich gesagt. Kann's doch nicht geben. Och man, und so eine Flange. Ich hab die alle vergessen. Alle vergessen. Ich muss das alles wieder lernen. Okay, ich würde sagen, heute reicht eine Dreierrunde. Die wir hinkriegen müssen. Weil sonst kommen wir nicht zu Potte. Es könnte eine Insel mit vier Dingern sein. Und vielleicht sind es die Kumoren? Ja. Okay. Entweder die Sandwich-Inseln oder Hurt und McDonald's. Ich sag Hurt und McDonald's. Das sind die Sandwich-Inseln. Okay, war eine 50-50-Chance. Österreich, wenn wir Glück haben. Ja, sehr gut. Licht in Stein, wenn wir viel Glück haben. Sehr gut. Ich muss es auch treffen können. Scheiße. Jetzt haben sie mich. Da haben sie mich erwischt. Eis-Kalt. Mit Malawi. Keine Ahnung. Martinique. Malawi hat die gleichen Farben. Immerhin. Drei. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ich muss mehr üben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Und tschüss. Abera seh. Die weh.